Willst du Joni oder willst du erst mal... Der wird nicht gefragt. Du und ich geh, du bist dann... Kollege tun zu. Kann ich mal schnabulieren, was hier zu essen gibt. Was hier bestellt wurde. Jawoll, wir können doch den Pfade Zauberer spielen. Nicht diese dreckigen Hobbits. Kannst du jetzt? Ja, also Joni und ich. Das sind jetzt besondere Konditionen. Oh, geil. Ah lol, du kannst ganz live unten. Gendalf ist schon Level 2 wegen dem ersten Level. Warum hab ich denn jetzt Level 4? Warum hab ich jetzt Level 4? Und du? War halt er für Legolas? War der? Dann nimmst du Legolas und ich Gandalf. Ja, ich glaub, Gimli wird hier gespielt auch. Dann wird hier Gandalf und... Ne, hier wollten wir... Also hier war Aragorn, Legolas. Gandalf ist dann hier, weil hier war nämlich Gimli. Mhm. War das verständlich? Oder war das der Grund? Du kannst ja auch spielen. Ich spiel den alten. Genau, du kannst jetzt Legolas oder Gimli spielen. Bei Level 2. Ne, der ist Level 3. Legolas? Legolas ist Level 3. Kannst gern spielen. Ja, der ist bei dir schon Level 4. Ja, wir spielen halt beide immer Legolas. Das macht keinen Unterschied. Dafür ist hier der Aragorn High Level. Wenn es hier Aragorn und Gandalf, da hat Legolas Gimli. Das ist jetzt die Ruhe. Was? Das Gimli hat ja nur Level 2 jetzt. Spiel was denn jetzt. Also wenn wir Tryharden wollen, musst du Legolas spielen. Was machen wir die Isenworld-Mission? Ja. Ich weiß nicht, was da passiert, ehrlich gesagt. Was war jetzt gerade der Theoretical? Das war eine der ersten Missionen. Das sind die meisten Einführer. Ah. Und was meinst du, das können wir nicht sagen? Ja, weil da ist ja auch Musik dabei und so. Das heißt, wenn wir jetzt monetarisieren wollen. Ja. Was ist da? Flägt sie? Wir müssen gar nicht die Bäume bleiben. Wir müssen erstmal laufen. Dann kommt der Ux. Boah, ich rieche schon so gut die Pizza, ey. Ist ja auch ohne Thunfisch jetzt. Ohne Thunfisch. Ich finde eigentlich auch ohne Thunfisch hätte ich ja fast lustig aber hier zu probieren, ey. Ja, das ist so ein bisschen scharf und das Thunfisch dazu. Nein. Aber... Der Wetterfülle wird nur auf Exkript werden können. Das kommt so geil aus. Okay, jetzt sind wir schon hier am Markt der Enz. Und gerade eben haben wir schon noch den Pedernal-Feldern. Eben sind die da weggerannt. Ja, das ist eigentlich nach der... Nach Helmsklamm. Und zur ersten Mission. Wir sind... Und jetzt kommt... Quatsch. Okay. Stimmt, denn die Mission erinnert mich auch so ein bisschen. Sie riechen aus Isengard. Die Stunde ist lang. Und jetzt... Sie sind so aus Obnition, ey. Ja, da habe ich auch gleich in Frage. Nein, nein, nein. Aber das ist, warum du gekommen bist, oder nicht? Mein Freund... Nein, nein. Nur deiner. Ich bin nicht so sicher. Warte. Die sind nicht so stark wie die Ostlinge. Die haben weniger Leben als die Ostlinge. Mal, jetzt habe ich jetzt auch den Orc-Uber. Ich darf nicht. Ohne, du bist Level 2. Du musst den haben. Dann, du bist Level 2. Mach mal. Oh. Ja. Oh, der ist auch gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Der ist auch gut. Da oben ist einer. Alter, der hat mich erst mal. Ich bin... Kann einmal antreten. Ich wette, du kannst auf den Charakter. Big Brain Time. Boah, ich muss sagen, ich mag das hier mit dem Zauber. Na, weil der Isse es ist, ne? Boah, Junge. Hier nach Hause mit dir. Hier nach Hause mit dir. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Steig. Sprechen uns gut ab. Ja. Und wieder hin. Me is back on the menu, boys. Also, gar nicht mal gut drin. Ich freue mich schon mal, dass er einen doppelten Oc-Uber hat. Und das ist so... Ja, da muss man noch gucken, ob der... Du meinst... Oh, hast du gesehen? Warte. Ja, das war der Final Judgement. Ich weiß noch nicht, wann man den... Ich glaube, wir gehen auskriegen. Der Final Judgement, da... Ach, da geben wir erst mal zwei Stunden. Ja, das ist halt echt nicht so geil. Was ist das für den Final Judgement? Ne, natürlich. Das ist auch bei uns... Ausge... Weil es keine Ausweichrolle, deswegen muss man aber schnell laufen, damit man den Schlägen ausweicht. Nein, das ist nicht so geil. Aber es ist auch so geil. Ich weiß nicht wie bei der Eltern, die. Das ist wie bei der Eltern, die. Wir sind auch irgendwann nicht. Und wir sind auch auf die Marke. Ja, das ist einfach. Wir haben hier. Oh Gott, all der Junge, wo kommt der denn her? Oh, wir sind ausdrücken. 75 auch nur. Ah, ich glaub, die entzelfen uns her. Spannend, ey. Vielleicht kommen wir ja gar nicht schnell daher. Als Lange ist, dass ich zerschmischt werde. Holzmäusch. Oh, ja. Jetzt in rechts kommen sie durch. Also aufpassen, dass wir das nicht einmal. Kamera wackelt auch gar nicht. Jawoll, der Blappe. Hat der direkt ins Gesicht bekommen. Oh, der ist weg. Der Uroke hat den aufgesammelt, der wurde in der Schlacht verletzt. Alter, der Ent, der macht ihn fertig hier. Alter, der Ent. Ihr sollt nicht hier stehen. Das ist ein bisschen weg von den Entzeln. Die sind nämlich wütend, weißt du, die achten nicht mehr darauf, wer hier folgen feiert ist. Ja, wir könnten ja auch Orks sein. Dabei sind wir doch nicht. Der kommt, der kommt. Oh, den hab ich erwischt, hast du gesehen? 75. Ich weiß nicht. Kannst du mir gar nicht mal nur Orks absnicken. Du, kannst du mich denn eingehen? Geh mal da weg, der kommt mit dem Ent an der Wand. Nee, ich bin noch nie gleich getrunken worden. Oh, jetzt muss ich mein Weg fahren. Oh. Weiter geht's, mein kleiner Freund. Roll, roll, roll. Ich bin sehr froh, du können sie nicht erstreuen. Ja, Mann. Bin ich voll geil. Erstreuen? Final Jump! Oh Gott, ich schieße euch in Schnee. Alter, kommen heute wieder. Da kommen ja neue. Meine Axt wie ein Baum geworfen. Ja, die kommen gleich die End, ey. Was ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ja, oh, Jungen, das war die beste Fähigkeit, ey. Ich glaub, der war gar nicht heilt, man. Ich weiß nicht, ob ich den auch genommen habe. Aber ich glaub nicht. Ich glaub schon. Oh, voll ist das ein Trick, ey. Das war ein gutes Prämeter-Team. Nein, nein, nein. Oh, da war... Oh, du hast dich sehr schön. Ab, Junge. Haha. Das ist einfach zu langsam. Das ist das eine, also dieses R2, das stört mich wirklich bei Gimli. Und dass er so langsam ist. Aber dafür... Muss man hier den Lightning Attack doch ein bisschen. Den Lightning Attack? Schwerer Attack, genau. Oh, ich glaub, ich hab da... Ich hab da was kaputt gemacht. Ja, weil die Kamera nicht weg sind. Das ist ja wie bei... Das Karte hier war kaputt. Wie bei Lego. Oh, da! Die Karte ist kaputt. Mach's doch gut. Ich brauch dich. Du kannst, glaub ich, eh mit deiner Axt... Ich glaub, jetzt sind wir gleich ein Isengard, aber wir kämpfen uns hier bis Isengard durch, ey. Wir kämpfen uns hier bis Isengard durch, ey. Und so, geh ein bisschen vor. Aber ich mach das schon. Ich glaub, da fällt mir schon, der Smooth will. Aber ich glaub, Lego lässt das auch... Guck dich auch einfach smooth an. Smooth. Wir müssen noch ein bisschen vor, sonst... Ich kann hier nicht hören. Ja, ja, ich... Du musst, äh... Die... Ja, aber ich kann dann ja nicht... Ja, auch Schilder, aber so. Guck dich mal an. Und die nicht? Was ist das für Autos da? Oh Mann. Oh Gott, Alter. Ich mach das schon, kleiner Mann, gell? Also ich sterbe, meine ich. Das mach ich gleich. Boah, da oben, da ist was. Was meins. Nein. Ich höre, wenn das Leben war, gell? Nein, das war nicht Leben. Das sterbe echt, gell. Boah, Leben. Ach nee. Ja, neee. Muss doch bitte Teamplayer sein, hier. Ich kann nicht dafür, dass er... Ja, aber da muss man auch, da muss der Uwe. Komm wieder runter, komm wieder doch her. Na rechts. Da warst du doch nur... Du hast nur was Glitzern gesehen, bist direkt hingefangen. Hier. Wenn du mit den Maschinen hinschelchen projects gehst, ist gleich ein Eisen allein. Oh oh. Oh, oh oh. Oh, oh, oh oh. Oh, oh oh. Oh, oh... Oh, oh, oh. Das nächste ist falsch, doch was. So deja, doch was, du neuestreute. Was? Ist dich nun aber nicht mehr sterben, du. Salomon! Sauman! So, wie machen wir weiter? Ja, lass mal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Dass wir immer auf unsere Leute rennen. Weißt du? Du kannst eh nicht so reinrennen, Leute. Ich weiß ja schon. Ui. Ne, das nicht. Der wurde... Oh, das ist ein Bearbagger. Mein Zauber wurde. Musst ihn treffen, dann machst du schon. Sehr schön. Bap! Oh Gott, alter, der hat's nicht gejuckt. Boah, ich bin voll da. Ja, das fehlt auf einmal. Berserker sind irgendwie... Das ist ja dann echt gefährlich. Das ist doch nicht so. Also, merkt ihr für Berserker auch. Ja, aber ich wollte eher die Flammenbogenschützen wegmachen. Ich muss die Bogenschützen wegmachen. Das ist das ähnlich. Da kommt schon ein bisschen Wasser. Guck mal, ich gucke hier mit dem... Fuck you! Oh! Oh, das ist ein Boot bitte. Ja, ich mach hier Dorns. Oh, das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Alter, wieso geht der denn die ganze Zeit durch hier? Oh, die Szene. Die Szene. Ja, ich wollte grad sagen, die haben so noch ein paar drüber geredet. Jetzt fliegt er durch einer lang, oder? Ja. Also, der Pfad des Zauber ist macht Spaß. Ja, da fliegt er. Ja. Man schaut Folgen... Sie machen erst einen guten Eindruck. Also... Einen guten Eindruck? Ja, und auch so... Seit der Ringe... Filme sind die bisschen länger... Folgen... Sind die länger? Wie lange sind die denn? Eine Stunde. Auf. Nur ein cooler Baus. So. Erstmal wegen euch hab ich jetzt... Also ich heut nicht wieder Familie. Ist auch nichts. Deswegen muss ich erst mal schreiben, wie schönes Essen von denen ist. Damit, äh... Oh, die Geschickte, oder? Ja. Willa, kannst du noch ein bisschen was zu trinken gehen? Gerne. Äh, ich... Ach, ich da muss abgeben. Hahaha. Das ist ein Blick. Doppeldecker, der kommt ganz schön rein. Der ist auch gut, der ist. Das ist ja so gut scharf. Also... Nein, auch noch klar. Aber einfach... Danach hat er einfach am Ruf. Echt? Abfahrt! Warte. Hat schon warm hier. Haha. Ich glaub, die sind früher... Ich glaub, die sind früher... Was macht denn nicht die Jonas-Tag-Sieg? Auch nicht. Ähm... Durchzug. Machen nachher, ähm... Den Durchzug, damit es nicht abkommt. Auf die... Jonas-Tag-Sieg. Ja. Es sind richtig schöne Folgen. Machen wir. Haha. Ich mach das nicht in der Kamera. Ich will das nicht machen, aber kennst du das Lied von Bushido und Chili? Äh, ja, das ist ein alteres. Ich will nicht auf den Inhalt, aber... Nikotin, Alkohol, Nikotin. Aber... Das ist doch von, äh, diesem... Wir kommen wieder zur Tastatur, genau. Ja. Alles. Also... Wir sollten diese Wörter auch nicht aufsagen, weil wenn's so Wortbeter gibt, dann wird man da auch schnell, äh, bei Twitch. Einfach... Abtaubenden. Oh. Oh, ne. Okay. Wir haben nicht gespeichert. Also die Mission war jetzt ein bisschen nochmal machen. Sein. Und rechts. Macht dir wenigstens ein bisschen Spaß das Spiel, Jungs. Ja. Das ist nur ein Abwechslung. Ja, das ist echt cool. Ich glaub, mit ziemlich viel Aufwand kann man echt coole Videos machen. Ausmachen. Mal gucken, wie wir das machen. Wir haben halt keinen Administrator-Modus. Aber Abi nicht. Äh, kenn ich nicht. Aber gut, dann mach schon was. So, meine Entspannung. Wohl nicht am Hang? Geht die Tür von alleine zu, oder was? Ja, ich war doch extra. Ich weiß, ich weiß. Ja, das ist auch eine Sahnesauce. Ja. Die mit dem Malz finde ich ganz nice. Ja. Machst dein Besten, bei Abi. Mals macht gut. Du, 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 du. Ja, ich mach dich. Ja, dann mach dich. Ich mein Nichts mehr. Ah, ja. Fett in Dörfelder. Ja, ja. Ja. WOULD YOU LIKE TO... Ja. 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 War mir ja geschafft. Er hat Third Cry, oder? Würde ich schon so sehen, oder? Haft of the West. Ja, die Ostdinge, die waren halt... Ich war halt... Die waren halt immer, Philipp. Welche Mission? Ja, die von irgendwo, oder? Und wenn ich wieder weiterkomme. Oder willst du die... Was ist denn das nächste? Die können wir auch machen, wenn du willst. Nee, du kannst nicht machen, es gibt keine Auswahl. Und oben, oder? Die anderen sind schon fertig. Ach so, Schwarz Tor. Geht nicht, ne? Ja, dann machen wir halt. Mach aber ihr Gandalf-Level. Jo, Gandalf-Level. Uah. Kann ich auch nicht. Die ganze Mühe. Ach so, ich bin das, gell. Ja, Gandalf-Level. Welche Charaktere werden da links gespielt? Gandalf und Argon. Hab ich auch gekostet. Dann mach ich den, der ist ein Level. Das war natürlich ein guter Grund. Ja, das ist, ich, fürs Team. Fürs Team. Ja, also dieser... Der Argon hat eigentlich... fand ich eigentlich fast am Letzten. Aber den hat dieser Orcua alles verkauft. Hm, inwiefern? Was findest du dann eben schlecht an? Ja, weil der so von oben nach unten. Und dann macht der halt keinen... Nur auf eigenem... Ja, okay. Äh, Kollege Kunju. Ja, jetzt musst du kurz abwarten. Vielleicht kann man das auch Arbeitszeit. Du wirst ja nicht bezahlen, um ein Handy zu sein. Pause gibt's später, ey. Wenn du hier nicht zockst, dann hast du genug Zeit. Du musst da arbeiten. Ja, ich weiß nicht. Warum auch immer Legolas auf dem hier ist, wenn er auch bei dir in Level 4 ist. Ja, weil... Für Legolas nur auf beiden Leben. Ja. Der gibt ja jetzt alle gute Charaktere auf dem Anker. Auf uns allen Leben drin, oder? Nee, aber da kann doch nicht keiner spielen. Der ist auf beiden Level 2. Noch geht's, ja? Ja, das kann man das Licht anmachen, oder? Das ist ein bisschen. Ja, das kann man das Licht anmachen, oder? Ja, das kann man das Licht anmachen. Dann mach auch dann das schon. Was die du jetzt mal? Max! Kollege. Da wird länger ein Schramm nicht drin. Der ist schon schramm, gell? Da wird den Bild los. Da links, gell? Da ist mir da links... Ah, das ist der Ordner. Wir müssen aber nicht rausklappen. Nee, damit wird nicht auch. Nee, auf dem Stream ist die... Ich sehe ihn jetzt zweimal da. Ja, weil... Guck mal rechts. Guck mal rechts. Guck mal rechts. Guck mal rechts, ja? Das ist nicht rechts. Das ist ein Ding zu weit rechts. Nein, das ist ein Zweißchen. Fällt ja, wenn ich auch, oder? Philipp hat verkackt. Philipp hat verkackt. Der hat sich mal ausgeführt. Du hast normal ausgeführt. Ja, aber warum... Das ist dann doppelt. Das ist nur einmal da. Nee, weil wir einmal Display und einmal Game Picture haben. Der Joni, keine Ahnung, wieso viel AC reinmacht wird. So. Dann klären wir auch ein Zehn. Mal Pause. Mal Pause. Mal Pause. Oder Tett mal raus. Mach's weg. Oh, wir müssen riskieren, hast. Ja. Da. Stopp. Stopp. Oh, wir haben beide erwischt. Schlipsch. Ja. Wo wir mal die Kills kommen. Komm. Komm. Was ist immer noch aufgelast? Ich bin noch ein Ego, das spielst du da auch auf den Spiel, schnell. Um 3-Dorten zu 5-1-Wer. Oh, passiv-aggressiv hier, Alter. Oh. Du würdest nur noch gut gespielt spielen, Alter. Das hab ich dir selbst nicht gesagt. Ja. Ja. Jemand ist gelernty mit den Karten. Ok, krass. 4! 7? Ne, 2. Aber der darf gelernter Fallen. Der hat's kein Back-bewerb, der hat immer noch ein Team. Bewerb, aber ich seh das eher kompetitiv. Als Kooperativ. Das ist ja gefordert. Boah, mit Joni macht immer Spaß. Das nächste Woche spielen wir, ähm... Du wird erst mal gesagt... Erst mal gestorben, Alter. Ja, wann kommt's raus? Weiß man dann nicht. Das wurde immer wieder verschoben. Ja, das war noch einer. Ja, das war noch einer. Also, da war eben... Ja. Nächste Woche gibt's ja MB2 wird, äh, kein Game. Auf dem Landfahrt. MB3, Alter. MB3 überleben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ohhhhhhh. Achtung, Michaelett. Das war's. Mal's tun,OOGELAS. Da versuchte er ja nicht, uns mitzumachen und dann mitzumachen. Es geht um mitzumachen. Achtung! Wenn ein End umgehauen wird, geht kein Witz ab. Das habe ich noch nicht gesehen. Ich bin auch schon satt. Ne, wenn nicht. Ich glaube, ihr werdet hier auch noch. Ja. Oh, ich bin da. Oh, Kranta. Ich bin ja noch ein bisschen da. Aber ich habe jetzt schon die Hütele. Aber das Problem, wenn man so kompetentüber arbeiten will, wo steht die Hütele vor? Ich dachte, du bist Team-Blade. Wir sind... Fack ich ja an. Alter. Ich weiß nicht wie alt. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. So ein schritzliche Koffer. Keine Läuse dafür. Und die Amy. Parafauna. Die so eine fettige Kopfhaut hat. Keine Läuse bekommen. Ja, wir haben die jetzt. Das ist schon mal die Folge. Haben wir geschafft? Das ist nicht alle Tage Abend. Das ist nicht alle Tage Abend. Schreit man's reichen. 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 Ich hab's nicht hingestellt. Ich krieg das hier mal aus der Kamera raus. Nee, einfach nicht nur wegen dem Dings. Ich hab' gesagt. Ein PC. Mein PC. Hm, schnell der schießt. Ich bin einfach... Ich bin einfach... Ja. Exzellent, ey. Der war gar nicht so schlecht, ey. Der war noch gar nicht so gut. Der war noch gar nicht so gut. Saruman. Saruman. Oh, die dachbar sind. Der hättet echt mal eine Tiele beziehen. Die können's gar nicht auseinander halten, wenn du alle weißt. Alle gleich aus, gell. Die... Die... 31 zu 31. Ohhhh. Komm, jetzt wird kompetentiert, oder? Komm nicht daran an, Juri. Ihr müsst es schaffen. Haben wir doch auch. Wenn... Ich hab euch eben gezeigt, wie's geht. Da müssen wir drauf. Ah, nee. Wie ist vorgängig, ey. Die sind einfach nicht drin. Nein, nein. Keine Judgment. Oh, der kann das. Ah, das... Wunder, Wunder. Ich dachte, wir sind die Position, aber ich wieder voll. Boah, der hat mich schon... Ich glaub, das war tatsächlich, ähm... Das ist auch gleich noch da oben. Ich weiß, die gerade One-Shot sind. Ja, Mann. Aber ich hab auch kurz aufgeladen. Ah, okay. Also... Also, wie so ein Auto, ey. Ich hab's krass. Sie werden runterlaufen. Oh. 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 Das ist okay. Jetzt hier. Es ist wichtig, dass du die Bogenschutz abhalten. Nicht gut. Egal. Die machen die Schrecken kaputt. Halt. Oh. 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 Der ist voll lecker. Ich schau ihn in den Stein, Alter. Den juckt man nicht auf wenige Fett. Ich fähr' nicht. Fett! Aber ich meine, der Wiener ist schon in ihm da. Seit der Schwerden, der verkündet sich nicht. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ne, du, die hat sich ohne. Da kommt ein Bogen. Hehehe. Der Zauberer, ja. Ich war schon... Eigentlich hätte ich voll Bock zu, um dann durchzumelden, dann kriegst du später dieses... Das wär'n sich schon geil zu haben. Können gleich mal gucken, was der noch so Fähigkeiten hat, ey. Oh, die kam schon hinter euch. Ja. Wer hat denn hier aufgepasst? Wer hat denn hier... Guck mal, wegen dir brennt der End. Ja, ja. Jetzt nicht mehr. Guck mal, der macht Pilz. Der macht Pilz hinter dir, weil der einfach nach oben schießt. Ich auch, du wolltest. Ich bin der mit Pilz. 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 Du hast gesehen. Ich bin der mit Pilz. Ja, da hast du aber nicht mal drückend. Wenn du wieder vorwärts gehen willst... Ich bin der mit Pilz. Ich bin der mit Pilz. Ich bin der mit Pilz. Kann es nicht noch dimmen? Naja, aber flackern noch ein bisschen. Aber wir können es kontrollieren. Wenn du zu sehr dimmst, dann flackert es. Oder kann es flackern. Es ist so angenehm. Jetzt musst du gerade werden, Jonas. Angenehm ist es nicht. Wir können hier so einen iPhone in einstellen für Antenlande. Ja, auch in das Glas stellen. Das wollte ich gemütlich. wenn das wir auch erst in den dritten Teil gespielt haben, den zweiten Teil spielen, weil es ein streng ist. Ja. Hat was. So. Nimm einen Überblick. Exzellent, wenn wir nicht mehr sehen, ne? Habe ich. Mh. Das habe ich nicht gehört. Scheiße. Aber wir haben 30.000 Erfahrungen, wir können schon was gönnen, Alter. Ja, mach doch nicht so schnell. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Da. Boah, mein Knie. Magic shield cause increased damage damage. Wie hat man denn das Magic shield gemacht, Jörg? Button 7, ne. Button 8. Ah, danke, danke. Und mal Sachen für alle. Das kann ich holen. Reising, Mensch. Das war. Eurean Thief machen wir nicht. Was sind denn? Achso. Ja, sonst kann ich ja nichts holen. Also noch nichts holen. Was, 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 was? Oder was schiebt ihr euch mal? Hier. Magic shield. Dann ist mit dem Hinfallen. Ich glaube, wir haben eine Tassenkombination noch gar nicht probiert. Die haben alle Charaktere haben. Ich glaube, das ist L2 und R2. R2 ist nichts. Doch R2 ist auch Hinschauer und L2 ist aktivierend von Sachen. Ich finde, man wird gleichzeitig probieren. Ja, deswegen gleichzeitig. Soll ich dir irgendwas holen hier? Ja, mit 3.000. Ja, gehen wir nach oben auf Level 2 für diesen, diesen Wachter fixen. Ja, genau. Auf, auf, wo? Junge, ich glaube ich bin da lesen, ey. Das ist einfach was cool. Oh, das ist cool. Kannst schön finischen dann. Alter, das ist ja übel gut, das ist nämlich AOE. Da kann ich mich schon abstauben, Alter. So. Dann machen wir mal weiter. Ja, wir machen irgendwas holen. Oder sparen wir erstmal ein Prozess. Guck mal, weil Legolas holen. Auch hier aufgeladen wird. An sich schon ganz geil, weil du das generell ins Kernkopf bist. Ich bin dabei als sowas. Ich bin dabei als sowas. Ich bin dabei als sowas.